Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf EasyBuild TV. Ich bin Benjamin und möchte Ihnen heute ein ganz neues Feature vorstellen, das erst vor wenigen Tagen den Weg in die Software gefunden hat. Und zwar reden wir hier vom Archivieren von Rechnungsposten. Warum ist das sinnvoll? Warum sollte ich Artikel und Dienstleistungen, die ich im System angelegt habe, archivieren? Das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Ich rufe mir mal hier die Rechnungsposten und hier direkt mal die Artikel auf. Hier kann ich ja über die Artikelverwaltung, Artikel oder auch Dienstleistungen, die ich regelmäßig berechne, anlegen. Ich kann meinen Lagerbestand pflegen, ich kann Einkaufspreise hinterlegen und vieles mehr. Was aber jetzt, wenn ich einen Artikel nicht mehr im Sortiment habe oder eine Dienstleistung nicht mehr anbieten möchte und möchte verhindern, dass ich entweder versehentlich selber oder meine Mitarbeiter diesen Artikel trotzdem anbieten oder verkaufen. Dann kann ich natürlich theoretisch hingehen, mir den Artikel hier anklicken und sagen, den lösche ich mir jetzt einfach aus dem System raus, weil den brauche ich nicht mehr. Gravierender Nachteil. Ich habe den aber auch nicht mehr zur Verfügung, wenn ich sehen möchte, wie oft habe ich den Artikel verkauft, in welchen Rechnungen war der Artikel drin. Und der fehlt mir dann für meine Auswertungsmöglichkeiten. Deshalb gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich archiviere mir den Artikel. Das heißt, ich klicke mir den Artikel hier an, klicke hier unten auf Archiv und verschiebe dann eben diesen Rechnungsposten in mein Archiv. Jetzt kann ich hier unter den Rechnungsposten auch das Archiv einsehen. Schauen wir mal, hier haben wir jetzt die weiße Farbe drin. Aber wenn ich eine neue Rechnung beispielsweise schreibe und möchte Rechnungsposten einfügen und suche jetzt nach der weißen Farbe, dann finde ich zwar hier noch die Rauffaser, aber ich finde nicht mehr die weiße Wandfarbe. Ich könnte hier über den Haken Archivierte Rechnungsposten einbeziehen den Artikel trotzdem wieder aufrufen, dann sehe ich ihn, aber von Haus aus, wenn ich das nicht explizit anklicke, wird er mir nicht angezeigt. Somit verhindere ich, dass meine Mitarbeiter oder auch ich selber versehentlich Artikel hier nutzen, die entweder temporär nicht verfügbar sind oder die ich gar nicht mehr im Sortiment habe. Da ist die Archivfunktion eine ganz große Hilfe, um einfach ja Fehler zu vermeiden. Ich kann aber trotzdem noch, wenn ich jetzt zum Beispiel über meine Auswertungen gehe und meine Rechnungsposten auswerten möchte und einfach sehen will, im aktuellen Jahr, wie oft habe ich denn eben diesen Rechnungsposten hier berechnet. Dann rufe ich mir die weiße Farbe auf, ziehe die archivierten Positionen mit ein, kann den Artikel hier anhaken, die Auswertung starten und sehe dann, dass ich den zum Beispiel hier fünfmal verkauft habe in dem gewählten Zeitraum und entsprechend, welchen Umsatz ich auch mit der Ware gemacht habe. Meine Auswertungsmöglichkeiten bleiben mir also erhalten, daher in dem Fall Ihre Rechnungsposten nicht löschen, wenn Sie die nicht mehr brauchen, sondern definitiv die Archivfunktion nutzen. Wenn Sie mehr noch zur Lagerverwaltung, zu den Rechnungsposten in Easybel wissen möchten, dann jetzt auf jeden Fall in dieses Video reinklicken, da erzähle ich Ihnen mehr und ich hoffe, wir sehen uns da gleich wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!